Für immer zuckerfrei. To go. Von und mit Anastasia Zamponidis. Unterwegs. Welche Fallen lauern wo? Als ich damals, vor einer gefühlten Ewigkeit von über zehn Jahren, den Industriezucker aus meinem Leben verbannte, habe ich nicht geahnt, dass diese Ernährungsumstellung ein Sprung in ein neues Leben war. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Körperlich, weil ich endlich die ständigen Heißhungerattacken, die mich verfolgende Müdigkeit und einige andere Wehwehchen loswurde. Und emotional, weil ich einfach viel ausgeglichener und zufriedener wurde als früher. Es änderte sich aber auch sonst einiges durch meine Zuckerfreiheit. Denn wenn man seinen Speiseplan komplett umschmeißt, wirbelt das zwangsläufig die bisherigen Lebensgewohnheiten ganz schön durcheinander. Das Durchzuhalten fiel mir, sehr zu meiner eigenen Überraschung und der meiner Freunde, erstaunlich leicht. Nachdem ich meine Vorräte einmal inspiziert und ausgemistet hatte, konnte ich die Umstellung meiner Speisekarte leicht zu Hause umsetzen. Schließlich hatte ich genug meiner zuckerfreien Schätze in Griffweite. So wie ich allerdings meine heimatlichen Gefilde verließ, sah die Situation anders aus. Ich war fern von meinen Vorräten und ich wusste nicht, was in den umliegenden Geschäften angeboten oder wie in den Restaurants gekocht wurde. Für Menschen, die zuckerfrei leben wollen, kommt noch eine weitere Herausforderung hinzu. Wie stellt man sich den allgegenwärtigen Essensangeboten, in denen erkennbarer oder versteckter Zucker lauert, wo Essen ja nicht nur der Nahrungsaufnahme dient, sondern auch dem sozialen Miteinander? Die gute Nachricht vorab, es ist mit überschaubarem Aufwand möglich, auch unterwegs zuckerfrei zu leben. Aber wer Rückfälle vermeiden will, tut gut daran, schon vor dem Aufbruch all die Futterfallen mental durchzugehen und sich dabei zu vergegenwärtigen, welche Lebensmittel in Frage kommen. Und natürlich welche nicht. Als erstes kommen mir beim Essen außer Haus Restaurants in den Sinn. Und natürlich kann man auch als zuckerfrei lebender Mensch essen gehen. Ich mache es heute allerdings wesentlich seltener als früher. Vielleicht koche ich inzwischen einfach besser. In ihrer heimischen Umgebung werden sie ihre Lieblingsrestaurants haben, von denen sie wissen, was dort auf den Tisch kommt. Anderenorts ist es nicht so einfach. Denn in der Gastronomie lauern diverse Fallen. Stichwort Convenience Food. Convenience steht für Bequemlichkeit und damit ist das Wesentliche gesagt. Es handelt sich um Essen, das sich so leicht wie möglich zubereiten lässt. Als erstes fallen einem hier die Fertiggerichte aus der Tiefkühltruhe und die Mikrowellengerichte ein. Die alle ohne Industriezucker nicht existieren können. Aber auch in Restaurants hat Convenience Food längst Einzug gehalten. Und damit sind beileibe nicht nur Fastfoodketten gemeint. Convenience Food in der Gastronomie wurde unter strikt ökonomischen Aspekten optimiert. Die Aufgabenstellung hierzu könnte in etwa so ausgesehen haben. Ich brauche Gerichte, die auch eine Hilfskraft zubereiten kann. Dann kann ich den teuren und eigenwilligen, manchmal launischen Koch entlassen. Wenn ich das Essen nicht selbst zubereiten muss, habe ich weniger Abfälle und mehr Übersicht in der Küche. Weniger Abfälle klingt immer gut, denn dann kann ich sagen, dass ich etwas für die Umwelt tue. Was mir die Industrie fertig zusammengestellt und haltbar gemacht liefert, muss ich selbst nicht in einzelnen Zutaten bevorraten. Heißt geringere Stromrechnung für Kühlung, weniger aufwendige Organisation und mehr Auswahl auf kleineren Flächen. Die industrielle Produktion macht den Geschmack vorhersehbar. Nun gut, aus meiner Perspektive ist es reichlich kühn, hier von Geschmack zu sprechen. Aber eines lässt sich schwerlich leugnen. Industrielles Essen schmeckt immer gleich. Convenience Food kommt in verschiedenen Zubereitungsstadien daher. Fairerweise muss man sagen, dass auf der untersten Stufe, nämlich küchenfertig, noch keine Behandlung der Lebensmittel stattfand. Schweinehälften oder gewaschene und geschälte Kartoffeln gehören zum Beispiel in diese Kategorie. Bei den nächsten Stufen, aufbereitungsfertig, zubereitungsfertig und verzehrfertig, sieht das aber anders aus. Convenience Food wird mittlerweile auf einem so hohen Niveau geliefert, dass es optisch von hausgemachten Produkten kaum noch zu unterscheiden ist. Und bei den Fotos, auch auf Speisekarten, wird sowieso gern getrickst. Motoröl, hoffentlich nur auf den Bildern, macht Suppen dickflüssiger. Mit Glycerin bestrichener Fisch sieht aus wie frisch gefangen. Haspray macht nicht nur die Haare, sondern auch das Essen schön. Und für alle Fleischesser, ein bisschen Schuhcreme lässt jedes Steak wie frisch vom Grill aussehen. Weil nicht jedes Restaurant in dieser Frage mit offenen Karten spielt, hier ein paar Indizien, die dafür sprechen, dass die Hausmannskost in Wirklichkeit geliefert wird. Zuerst ein Geheimtipp für Schnitzelesser. Klopfgeräusche aus der Küche gelten als vertrauensbildende Maßnahme. Wenn die fehlen, wäre das ein Grund, misstrauisch zu sein. Überlange Speisekarten sind verdächtig. Wenn all das, was auf der Karte steht, tatsächlich frisch im Haus bevorratet wird, müssten manche Gaststätten ein Lagerhaus statt einer Speisekammer haben. Kartoffeln sind aus Kochsicht die Sorgenkinder, denn sie sind tendenziell arbeitsaufwendig. Convenience-Foodgerichte lassen sich besonders leicht herstellen, wenn sie paniert sind. Insofern kann eine Häufung von Paniertem ebenfalls ein Anzeichen dafür sein, dass hier besonders kostenorientiert und weniger gesundheitsbewusst gekocht wird. Das gilt übrigens auch für alle übrigen panierten Kandidaten auf der Speisekarte. Letztendlich bleibt uns aber nichts anderes übrig, als nachzufragen, wenn wir wissen wollen, was auf unseren Tellern landet. Anfangs erntete ich manches Mal schräge Blicke, wenn ich mich nach der Rezeptur des Essens erkundigte. Das war vor 13 Jahren noch gar nicht üblich. Aber heute haben so viele Menschen spezielle Vorlieben. Allergien, essen vegan, leiden an Zöliakie oder anderen Unverträglichkeiten. Dass man Kellnern getrost Löcher in den Bauch fragen kann. Und wenn sie nicht weiter wissen, habe ich auch schon Köche zum Plaudern aufgesucht. Sollte nach meinen Recherchen von der zuckerfreien Hausmannskost nicht mehr viel übrig bleiben, habe ich für Restaurantbesuche schon so meine Tricks parat. Zunächst lasse ich schlicht die Soßen und das Dressing weg. Stattdessen bitte ich um Olivenöl und Zitronensaft. Das hat eigentlich jede Küche zur Hand. So verfeinert ist auch gebackene Kartoffel mit Salat oder Reis, mit frischem Gemüse eine schlichte, aber leckere Notmahlzeit. Ich habe auch schon mal eine kleine Flasche Sojasauce dabei gehabt und wurde nicht rausgeschmissen, als ich mein japanisches Essen damit gepimpt habe. Leider habe ich bisher in keinem Restaurant zuckerfreie Sojasauce gefunden. Und alle Sushi-Liebhaber müssen jetzt ganz stark sein, denn dem Reis wird leider immer Reissirup hinzugefügt. Aber sonst ist ein japanisches Restaurant eine gute asiatische Adresse, weil dort nicht, wie beispielsweise beim Vietnamesen, alles mit einer zuckrigen Soße eingemanscht wird. Entscheidend für unseren Alltag ist jedoch eine andere To-go-Gelegenheit, auch wenn sie uns gar nicht so weit weg führt. Unsere tägliche Arbeitszeit. Die meisten von uns müssen ihr Geld mit Arbeiten verdienen. Und wenn der Arbeitgeber groß genug ist, gibt es dort eine Kantine. Da gibt es so ziemlich alles. Entsprechend kann man dort Überraschungen erleben, sowohl angenehme als auch eher niederschmetternde. Da nicht nur Arbeitgeber, Krankenkassen und Verbraucherschutzorganisationen erkannt haben, dass der körperlichen und seelischen Gesundheit des Menschen eine vernünftige Ernährung zuträglich ist, wurde hier in den letzten Jahren einiges getan. Es gibt in der Kantinenszene von der Alibi-Salatbar mit ein paar traurigen, verwelkten Eisbergblättern bis hin zur glutenfreien Linsen-Bolognese nahezu alles. In der Regel sollten wir konsequent vom Industriezuckerbefreite allerdings davon ausgehen, dass wir hier ohne zusätzliche Verpflegung aus Bordmitteln nicht wirklich glücklich werden. Immerhin, einen Teil des Angebots kann man aber hoffentlich nutzen. Auch hier gilt wieder, Fragen hilft immer und lohnt sich, gerade wenn man täglich dort ist. Und mit ein wenig Öl, Zitrone und einer Gewürzmischung lässt sich noch aus den tristesten Kantinentöpfen, naja, sagen wir aus vielen, etwas Leckeres zusammenstellen. Man könnte meinen, in den Mensen der Unis und Hochschulen sieht es aus industriezuckerfreier Sicht trostloser aus, denn schließlich müssen viele Studenten jeden Cent zweimal umdrehen. Zumindest in meiner Jugend galt in den letzten Tagen des Monats die Losung Ravioli oder Hungertod. Aber auch hier hat sich eine Menge getan. An der Freien Universität in Berlin gibt es sogar die Mensa Veggie Nummer 1. Vielen Dank.